Hallo, herzlich willkommen im Umweltwerkstatt Lädchen hier in der Wirtsgasse 2. Ich bin Dominik Schmidt und ich bin hier jetzt gerade im Umweltwerkstatt Lädchen und habe mir dieses tolle Buch rausgesucht, das Nabu Vogelbuch. Ist wirklich für alle Vogelliebhaber zu empfehlen, aber wir haben hier in diesem Lädchen natürlich noch ganz viele andere Produkte, unter anderem ganz viel im Bereich Vogelfütterung, ganz viel unterschiedliches Vogelfutter, vom losen Futter, Fettfutter, Eichhörnchenfutter und auch zahlreiche Nisthilfen, die wir hier haben. Also vor allem für Höhlen und Nischenbrüter, aber auch vor allem für Insekten haben wir jede Menge Nisthilfen da. Also gerne vorbeikommen hier im Umweltwerkstatt Lädchen. Wir haben einmal im Monat geöffnet. Schaut einfach vorbei oder auf unserer Internetseite unter nabu-wetterau.de. kennenzelde oder einem